ich weiß auch nicht ob wir hier durch müssen müssen ich habe keine ahnung wann das hier und ich haus einfach mal kaputt ok jetzt bin ich da kann ich da nicht hin ok jetzt nicht hin muss ich durch jetzt habe ich runter also der doofkopf hier ist irgendwie so hochgegangen ich muss auch so hoch in dem fall also noch nicht wie ich finde immer andere let's play sind voll verpeilt doch jetzt man selbst spielt ist es nicht so einfach ach netzartig braucht sie gar nicht ein normales normaler trottel hier macht sie auch soja jetzt jetzt ist natürlich der fall schon klar wo ich durch muss und alles so halt da ist ja jetzt nur einer mit netzartigen mit netzartigen sachen kann das mr phantastik ist nicht netzartig so mr vertrottel ich ist nicht magnetisch dass ihm scheiße so hinsetzen rüber ok ok habe ich schon gedacht an schalter der muss doch viel etwas zu sein so immerhin schlauer charakter 18 war jetzt noch anspruchsvoll ich lenke reichte dialekt nicht aus was drückt ja drückt ein paar knöpfchen super nur drei stück so schwer kann das nicht sein meine freund so drehen drehen im kreis herum lalalalalala ok das jetzt ok ja ok habe ich gesehen ist toll wenn sie sehr strahl bleibt da auch gibt bleibt auch sich denn hier noch für zum umlenken ihren lieb ich bin fünf sei trottel blöd hier hey trottel komm schon noch fast in den strahl hinein schild aktivieren da haben wir da muss ich jetzt hinziehen ein bisschen überall hin ach auf das nee auf eigentlich die von denen hier nö äh ok was soll ich denn hin mit dem doofen teil hm 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 erst mal hier das lichtchen da oben nö da ist nix ich weiß wohin warum machst du nichts da drüber einer dieser zwei dinger hier dich die lampe nutzt auch nix strahl zurück nö nirgendwo hin muss der doch nur wo wohin muss das alter von wo soll man das wissen halt da halt da ja oft ist ja nö ich auf die vier da hier irgendwo hin ach da rein das scheiße ich weiß nicht wohin das zeug muss und ich sitze hier alleine und bin verkauft ganz ehrlich gesagt keine Ahnung muss es euch hin die Ritze nützt dir nichts hier ist man kniet scheiße nötig da braucht sie an anderen nun wollen eh er war was soll ich nicht schießen was ich brauche wieder einen tipp gib mir einen tipp gib mir einen tipp muss ich ja wieder irgendwas durchschließen hier so ganz klar aber was muss ich durchschließen ich habe natürlich wieder mal nicht gelesen was gestanden hat ja mir ist fantastisch du bist das ist super schlau komm hilf mir mal hilf mir mal gib mir mal eine antwort hier wo muss ich denn jetzt hinschießen kann man kann man hier was wachen n n nein geht nicht Captain Mr. Fantastic und okay vielleicht muss er doch hier noch hin wo du mal hin was man ja auch nicht die magnetische scheiße ja okay er hat ein strahl aktiviert sollte ich doch da irgendwo hin oben hinkommen sollte ich doch da die scheiße öffnen können theoretisch ist ja das hier theoretisch muss ja das hier öffnen können hier aber wie soll ich denn da nichts tun herumfahren nützt nichts mit durch nützt ja auch nichts halt da halt da das ist mich gerade ein wenig an hier bin ich gerade ein bisschen verdrottelt bin ich so doof oder tue ich nur so ich glaube ich muss es mal hier unterbrechen und wieder einschalten wenn ich weiß wo ich durch muss weil sonst hier kann es auch ewig dauern an ganzen let's play am arsch damit hier würde ich sagen würde brechen hier mal und ja ich werde zurück wenn ich weiß wo wie ich es weiter geht okay bis da tschüss ach so wenn jetzt sie noch auflade da willkommen zurück ja ihr habt jetzt gerade gesehen wie ich herausgefunden habe ich muss nur aufladen der schnellste weg auf jeden fall schneller als über die treppe okay ich habe jetzt wie lange habe ich jetzt gesucht etwa fünf minuten habe ich jetzt gesucht ungefähr dann ist mir sich aufgefallen dass sie da leuchten können ich habe es gefunden geht weiter juhu ich muss wieder Mr. Scheiß drauf hier ja dann kommt der halt ich sammle jetzt erst mal das Geld Geld einmal ich bin Geld geil BAM 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 hier das leuchtet für nix wuuu 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 ne noch nicht äh da muss ich in Magneto haben für weil das geht sonst nicht ja du musst ihm an diese Spalte gelangen dann verlierst du ihn ja dann verliere ich ihn halt ist ja auch nicht mein Schätzchen hier will ich auch nicht ich will doch nicht von dem genudelt werden ach so ok oh mein Geld 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 mir geht sehr viel Geld verloren meine lieben Leute ok ok äh hier kann ich äh kann ich kann ich da auch rein wir sind fantastisch du bist eigentlich die bescheuerte so äh jetzt komme ich hier rüber bam 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 hier könntest du graben wenn du die richtige Person benutzt ja Wolverine in dem Fall müsste Wolverine sein ja ich kenne sonst keiner der irgendwie ein Hund ist zum Teil jedenfalls zum Teil jedenfalls oder nie ne Gattel ne Gattel ne Gattel ne Gattel so hoch mit dir so ok eh wenn ich da auch noch was zu zerstören ich will leider nicht zu zerstören kann ich dich zu zerstören bam 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 das Geldchen habt ihr das gesehen dam da dam da dam da dam da dam sehr kleine Währung so äh ich aktiviere mal das hier speichern und fortfahren jawoll gut wir haben gespeichert das hat sowieso schon gespeichert mal jetzt noch die andere Seite jawoll mein kleiner Freund das kann man nicht verfehlen hier gut man kann es verfehlen so wooo 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 woooo wooo 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 Sie drantaliert. Jetzt wird drantaliert. Und das bis zum geht nicht mehr. Blümchen. Hier, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Hane, hier. So. Bam. Lalalalalalalala. Spider-Man-Taktik. So. Man kann hier eine Leiter zusammenbasteln. Juhu. Geld, Kohle, 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 Kohle. Weiter geht's hier rein. Schon nach oben. Gefällt mir. Ausgezeichnet. Jawohl. Oh, da gibt's was zusammenbasteln. Ach, Lego ist doch schön. Ach, da muss ich zusammenbasteln. Hallo, darum kann Captain America nicht hin. Kann ich da ringsherum drehen? Aha. Captain Dummkopf. Jetzt kommst du auch rüber. Jetzt auch noch ein bisschen Galle einsammeln. So. Ui. Und jetzt. Ui. Jawohl. Genau, das wollte ich eigentlich sehen. Von der kleinen Flasche hier. Vote. Leadership New York City. Vote. Guck mal, Helikopter. Und dann. X gedrückt. Und dann kann ich hier auswählen. Und dann kann ich hier rüber, rüber. Alles zerstören. Und dann gibt's natürlich Geld. Geld ist immer gut. Geld kann man immer gebrauchen. Geld ist heutzutage sehr, sehr wichtig geworden. Äh. Kann man fast nicht mehr ohne, ne? So. Da ist noch ein Blümchen. Blümchen. Gedeihen. Okay. Hier kommt unser Doof hier rüber. Ja, Doof, Doof. Bam, 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 bam. So, kann man zudem wechseln. Ach, der kommt hier noch nicht hin. So. Äh. Schildgenerator. Okay. So. Jetzt kann ich hier ein bisschen fantastic. Äh, Plattformchen bauen. Das bringt mir jetzt schon wieder was. Okay, ähm. Äh, 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 äh. Braucht eine schlauere Person anscheinend. Okay, dann brauche ich, jetzt werfe ich halt den hier mal. Okay, äh. Dann dreht sich jetzt das ab. Okay, wunderbar. Ach, jetzt kommt die Flasche von automatisch rüber. Bindu. Ach, da rüber ist er. So, gehen wir weg hier. Dann kann ich hier mit Mr. Fantastic hier aktivieren. Alter. Das hier im Lego-Spiel viel besser als im richtigen Filmchen. Okay, äh. Schon gut. Gut, okay. Gehen wir hoch. Hoch und bauen, Mama. Toll. Hallöchen. Schön, dass du immer so nett auf mich wartest. Au, 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 au. Oh, Captain America. No. Hallöchen. Mr. Bush. So, tschuldigung. Bye, bye. Oh, au, 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 au. Okay, okay, okay. Ähm, jetzt schickt er wieder seine Sklaven hier. Seine Roboterchen. Doch die sind ja für uns keine Rede wert hier. Kein Problem. Das hab ich gerade am Herzen gezogen. Mir leid, Leute. Wenn es da was ein bisschen rausgegeben hat, hoffe er hat nichts verstellt, weil er sich auf diese Distanz kommt. Nur die Tonspur ist sich nicht so riesig schön aus. So. Oh, oh, oh. Da kann ich werfen. Ist hier noch ein Blümchen? Okay. Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, ihr Helden. Hotel. Yay. Äh, irgendwie kommen wir schon rüber. Ganz auf die Vier, aber ja, die Hölle schon. Okay. Ja, ich zerschlag hier einfach mal alles. Wird ja alles ein bisschen Geld geben, ne. Oder sonst jemand. Ähm, das nützt mir nix da. Die Tipps. Äh, ich will nicht durch die Flammen gehen. Das nützt mir, das durch die Flammen zu gehen. Äh, ich brauche all die Herderes. Okay, äh, vielleicht will ich jetzt durch die Flammen mal gucken. Okay. Bisschen Geld geben. Mehr geht, gibt es auch schon nicht. Äh, irgendwie muss ich da. Ja, fall mal runter. Ist ja in Ordnung, ne. Du musst da hochkommen, dort so ein, so ein Teil da. Okay, äh, geht auch nicht. Mr. Fantastic, heisst du eine Idee? Äh, hm. Okay, muss drüberlaufen, uns zerlöschen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mr. Fantastic, äh, sie sollten nur drüber gehen und da was ziehen. Oder Mr. Flasche hier. Okay, ich schmeiß mal das Ding rüber. Okay, äh, ja, ist das nächste auch noch. So, da, wunderbar. Ping. Oh, oh. Fast schon. Nehme ich dankend an hier. Blau ist Nico-Teil kann man immer benutzen. Ist immer gut, ja, immer alles, ja, schul, äh, ploppen. Ja, alle Kohle. Kohle brauchen wir auch, um das, äh, 100% zu machen. Was ja unser Ziel ist, zum gewissen Teil. Also neben dem von uns ist es ja, dieses Jahr. In dem her, äh, oh, sind wir jung und brauchen eben das Geld. So. Ab und zu noch Mr. Fantastic 1 kloppen, damit der auch nicht vergisst, an welcher Stelle er steht. So. Da noch kaputthauen, das auch noch was. Alles muss zu brei gemacht werden, hier. So, dann. Okay, äh. Da kann der Captain America, kann das natürlich super. Da noch Wasser spenden da. Ich will jetzt was, will ja zu trinken, äh, weiß ja, Wasser am Boden. Ja, schade. Ihr Brot, Mr. Fantastic, ne? Hui, wat für ne Sau, ne faule Sau. Mal hier alle kaputthauen. Mit Mr. Fantastic. Dafür kann auch unser lieber Freundchen hier durch. Mal gucken, wat für ein Muskelpack PS. Okay, er schafft es. Okay, je nach Charakter kann man da ein bisschen, äh, Anlass hoch. Äh, Mr. Fantastic müsste jetzt, äh, den Lift nehmen. Also wenn ihr Mr. Fantastic spielt. Musst ihr den Kacke Lift nehmen? Ja, Mr. Fantastic ist natürlich da unten, du dumme Sau. So, so, geh mal hoch. Machst du also hier noch alles kaputt. Hier auf ihr ne Weise. Vielleicht kannst du dann mal basteln. Basteln wäre so gerne. Ja, aber wer weiß. Vielleicht deinem auch nicht. Tag das Zeug hier kaputt. Ein Sofa, wer will schon ein Sofa? So, komm, jetzt mach auf. Wenn ihr nicht... Wir sind ja schon mit einem Fassen oben, von dem ihr ganz schlimm sein mit dem anderen Bild. Gibt schlimmere Tiere. Denk ich mal. So, jetzt haben wir schon wieder dann gute 4 von 5 Blümchen ist ja, äh, da. Komm, schlag es. Zerschlag alles hier. Wir holen uns jeden Backen Geld hier. Jeder Rappen zählt, meine lieben Freunde. Auch das ist dort oben. Obwohl wir da jetzt auch gerade nicht hinkommen. Okay, Mr. Fantastic. Segen, ich mag hier niemand. So, äh. Äh, okay. Was soll denn denn das sein? So. Ein violettes ist natürlich, äh, super. Braucht's. Alter, hier soll's durch.